Musik Liebe Kunstfreunde, ich möchte Sie ganz herzlich im Potsdamuseum begrüßen. Mein Name ist Jutta Götzmann, ich bin Direktorin des Hauses und habe gemeinsam mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Henrike Warm die Ausstellung zu Karl Hagemeister kuratiert. Sie trägt den Titel »Das Licht, das ewig wechselt – Landschaftsmalerei des deutschen Impressionismus«. Die Sonderausstellung widmet sich der Entwicklung der modernen Landschaftsmalerei und zeigt Karl Hagemeister als einen ihrer frühesten Vertreter. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt mit dem Museum Georg Schäfer in Schweinfurt und dem Kunstmuseum in Ahrensruhe. Die Ausstellung ist am 8. Februar an den Start gegangen. Aufgrund der temporären Schließung möchten wir Ihnen die Ausstellung in Form eines virtuellen Rundgangs näher vorstellen und beginnen mit dem großformatigen Gemälde »Verschneiter Birkenwald«.